Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Rhyme Time TV, der coolste Fernsehsender, der nicht im Fernsehen ist, außer bei TorfTV. Und ich habe zwei Gäste da. Zwar. Diggery und Sasa Mank sind da. Servus Karl. Ich grüße euch. Die zwei haben Musik gemacht gemeinsam. Stimmt das? Ja, bissl was. Bissl was. Album würde ich fast sagen. Album. Man könnte es Album nennen, ja. Ein Album. Ist es auch so, mittlerweile schaut man ja beim Streaming, ist auch auf Streaming ein Album, weil ab und zu ist ja dann ein EP, ein Album, ein Album, ein EP. Es ist ein Album. Ja, EP und Album werden auf Spotify irgendwie zusammen oder in ähnliche Kategorien. Aber es ist sogar so eine 14 Tracks. Es ist ein Album, weil es über, ich gehe immer auf die Zeiteinheit, quasi über 30 Minuten ist, sonst sind es 37 oder 38 Minuten. Ah ja, schau. Das ist ein Album. Genau. Mit zwölf Tracks, wie man das mitzählen möchte, weil das Intro gesprochen ist und so. Genau. Ja. Yep. Zwölf Anspielstationen. Album, Debütalbum. Debütalbum. Anspielstation, das ist cool. Also so wirklich ein Track. Also so ein nummerierter Track. Ja, genau. Sagt mir das so, Anspielstation ist das der Fachbegriff. Ich kenne das Wort. Ich habe keine Ahnung, wo ich es aufgeschnappt habe oder ob das jetzt der professionelle Fachbegriff ist, aber ja. Wir werden das googeln. Wir werden das fact checken. Schreibt es in die Comments. Schreibt es in die Comments. Wenn Sie es wissen. Und subscribe. In die Comments. Like, subscribe, link in bio. Danke, das war es vom... Nein. Okay. Genau, ihr habt ein Album gemacht und das ist nicht nur im Internet, sondern... Umdrehen. Genau. Das ist vorne. Es ist ein Tape. Eine Kassette. Weil nämlich eine Kassette. Das Album heißt nämlich und jetzt kommt es. Sie ist jetzt falsch drin. Aber wenn man es richtig drinnen hat, steht dann da Kassettenkinder. Genau. Aber man soll ja die Kassette an sich sehen, das so ausschaut, als wäre es ein Ghetto-Blaster, den man sich... Genau, also nur mal vielleicht zum Mitschreiben da. Also ich mache das kurz auf, weil sonst wird es kompliziert. Es ist auf jeden Fall enthalten, ein Kaugummi-Cheek. Zwei eigentlich. Zwei. Also da ist der Füter rausgegangen, das muss man dann wieder... Die Experten unter euch wissen genau, wie das geht. Es ist bei Kaugummi-Cheek eher ein bisschen einfacher. Ich rede nicht übrigens von Marihuana, das ist eine illegale Droge, ich will mit dem nichts zu tun haben. Hä? Na, na. Ich wollte nur kurz anmerken, weil wir ja im Internet sind. Dann ist dabei ein Stift. Ein herkömmlicher Bleistift. Kassettenkinder-Werkzeug steht drauf. Genau. Erklärung, warum? Das ist, wenn es da das Tape rauswutzelt im Gerät, dann kannst du es wieder einfädeln und reindrehen mit dem Bleistift, hat man das früher gemacht. Aber es ist wirklich ein Bleistift. Also man kann jetzt schreiben damit. Ein Sechskant-Bleistift, der sich dann auch wirklich, wenn man ihn leicht schräg hält, dann wirklich problemlos das Tape wieder reindrehen kann. Der klassische Sechskanter. Der Sechskanter-Bleistift. Genau, wie man kann. Ja. Von der Schuhe. Genau. Dann ist enthalten ein Tape, was nicht ganz so leicht rausgeht, aber... Ja, damit es auch nicht rausfällt. Genau, weil wir wollen ja das eigentlich wie ein Ghetto-Plaster ausschauen lassen, aber... Das Tape muss ja geschützt sein. So, jetzt haben wir da das Cover. Was ist da drauf? Da ist... Nicht sehen, es ist ein bisschen dunkel geraten. Besser digital anschauen. Sorry for that. Genau, schaut sich auf Spotify. Genau. Aber hört die Kassetten. Oder ist es auf Bandcamp? Noch nicht. Nein, Bandcamp ist es nicht. Tatsächlich außer Acht lassen, weil wir erst die Boxen oder Schachteln verkaufen wollten. Und das ist dann ja bald so weit, dass sie ausverkauft sind. Noch nicht. Heutzweiche welche? Die letzten. Ja, die letzten paar. Aber viel sind es nicht mehr. Viel sind es wirklich nicht mehr jetzt, ja. Auf jeden Fall ist da tatsächlich ein Tape drin. Vielleicht zum Beweisen noch einmal kurz. Kassettenkinder, ein Tape, wunderbar. Zwei Seiten. Zwei Seiten, A-Seiten, B-Seiten, Stereo, Dolby System, Seite B, Wien. Ja. Wollte alles vorlesen. Eine Seite A, Stereo, Kassett, Tape, Analog Audio. Ja, eine Kassette. In Wien produziert, deshalb Wien. Wirklich in Wien produziert? Naja, der Sasser ist der Wiener, er ist der Produzent und viel ist, oder zumindest gemischt worden oder gemixt worden in Wien dann. Entstanden ist viel bei mir in Vorarlberg, beziehungsweise in unserem Bootcamp, das wir gemacht haben am Berg in einer Hütte für fünf Tage. Wo? In Übersachsen. Ja, du weißt. Hat nichts mit Ostdeutschland zu tun. Sondern? Ja, in Vorarlberg am Berg oben. Also nicht auf dem neutralen Boden, du hast quasi Heimvorteil genossen. Ich habe Heimvorteil genossen und Sasa hat die frische Bergluft genossen, er ist angekommen und hat es einmal drei Tage überhaupt gar nicht packt, wie leise der Gegend sein kann. Die Stille. Ja. Das war großartig da oben, auch eben um sich konzentrieren zu können. Also super, super Umgebung, um kreativ zu sein oder sich ein paar Tage einzubunkern und wirklich nur sonst machen. War das quasi auf einer alleinstehenden Hütte, wo wirklich nichts ist daneben? So gut wie nichts. Super, voll cool. Schon ein paar Ferienhäuser oder Hütten, aber so weit von denen wieder entfernt, dass wir voll auftreten konnten oder machen, was wir wollten. Keine Nachbarn, die sich beschwert haben quasi. Genau. Keine Nachbarn, die es triffst oder siehst in fünf Tagen. Das ist mir halt in der Stadt eben nicht zugewöhnt. Das stimmt, ja. Und da hast du deinen Heimvorteil ja dann quasi geschert, sagen wir so. Ja, absolut. Geschert. Ich habe das Equipment umgezahlt, das war so der Gegend-Deal. Mit dem Zug, oder? Ja, voll mit dem Zug. So viel wie du halt, wie du gebraucht hast. Das Gute war, genau, ja. Hast du deinen eigenen Waggon gemietet? Ja, ganz so wild war es nicht, Gott sei Dank. Vor allem hat der Rü die Boxen stemmen können und das ist dann ja das größte, oder mitunter das zartste Equipment auch zum Transportieren. Mein iMac ist auch nicht lustig, aber nur der geht, vor allem in diesem Koffer. Ein iMac ist ein Bildschirm? Ja, der Standrechner. Die Kombination aus Standrechner und Bildschirm. Ah ja, okay. Verstehe. Das ist natürlich nicht das most convenient Travelling Equipment, um es auf Neudeutsch auszudrücken. Genau. Aber du hast das Zeug mitzahlt und ich habe es dann dort on the spot einen Großteil des Albums gemacht. Genau. 70% haben wir gestern gesagt bei FM4, also es war noch so viel, ja. Und FM4, da habt ihr nicht gelogen, das ist die reale. Und ich kriege jetzt die echte Info, oder ist das dann, kann man das abgleichen? Eigentlich waren es 72%. Ja. Komma? Circa. Also circa 72,4%. Ja. Circa. Ich kann den auch ein paar Komma-Stellen nennen, wenn es das macht. Jetzt dann gern dreistellig. 4,7,1. Okay, passt. Komma 4,7,1. Ja, gut. Das sind dann fast, wie viele Tracks haben wir? Zwölf? Zwölf. Abspielnummern, wie haben wir gesagt? Anspielstationen. Das ist ein wunderschönes Wort. Zwölf Anspielstationen und 70% davon sind dann ungefähr acht. Gibt es das? Ja. Sieben? Das waren natürlich unterschiedliche Fertigstelle, also unterschiedliche Stadien des Fertigwerdens auf einzelne Songs bezogen. Ein paar haben wir noch angefangen. Genau. Wir haben vielleicht nur ein Beat von Null gestartet und da vielleicht schon ein Hook drüber gemacht. Ganz unterschiedlich. Und ein paar halt das erste Mal recorded oder halt final recorded auch gleich. Und ja, wir haben da relativ, also es gab einen Part quasi, den wir dann eh noch auf Insta droppt haben vorab, der es nicht drauf geschafft hat. Sonst sind eigentlich gar nicht viele Skizzen rumgelegen. Wir haben wirklich Tracks fertig gemacht. Also es liegt aber mehr an mir, als dass nicht noch hunderte Beats von dir herumgeschwirrt wären, die man noch auch machen hätte können. Meistens sind die Rapper das Problem. Ja, in dem Sinn sehe ich es ja nicht nur als Problem, sondern ich habe keine Leftovers, keine Überbleibsel, die man noch so, also ich habe alles verarbeitet und ich schreibe relativ spezifisch. Zielbewusst, oder hier gibt es das Wort, mit Ziel halt aufhin das wirklich fertig zu machen. Und mit dem Ernst oder der Ernsthaftigkeit, dass ich das, ich könnte teilweise Sachen nicht da einfach wegschmeißen, das wäre mir zu schade für die Zeit, die ich dann investiert habe. Das hört man, glaube ich, im Album, dass die Texte nicht jetzt wirklich aus dem Finger gesaugt sind, sondern halt da irgendwie eine Lebensgeschichte erzählt wird, in dem Fall von dir. Einfach ein sehr persönliches Album. Teilweise schon vermischt so. Auch Einflüsse vom Sasa, dann umgemünzt in Texte und halt einbaut, um ihn auch zu repräsentieren oder seine Kindheit nicht nur über mich zu labern. Das ist dann schon vermischt und natürlich nicht immer alles genauso vielleicht auf mich bezogen. Aber da gab es ja auch genug Anknüpfungspunkte. Also wir haben sehr ähnliche Medien eben in unserer Kindheit konsumiert. Also ist sehr viel, was der Rüder sagt an Referenzen an die Medien unserer Kindheit oder eben Kassetten, VHS, Computerspiele, etwas, was wir auch teilen. Genau. Wie die meisten Menschen, die zwischen 1980 und im Endeffekt 2000 geboren sind. Genau. Kassettenkinder halt. Du hast da halt einfach ein bisschen einen Bezug dazu. Yes, genau. Ja, und die Kassettenkinder sind auf der einen Seite wir beide auf dem Cover und aber auch die ganze Generation, die es relaten kann halt quasi und gern hört oder mag deshalb, weil sie... Was sind die jetzigen Kinder? Sind das Internetkinder? TikTokkinder? Schwierig. Spotifykinder. Spotifykinder. Ja, keine Ahnung. Aber YouTubekinder. Das wäre so, das wäre die Umrechnung auf heutzutage. Ja, ja. Und auf der Kassetten kann man eher noch stolz sein als wie auf Spotify. Das finde ich, kann man so oder so sehen, aber als Kind der 80er bin ich auf der Kassetten stolzer als auf Spotify. Auf Spotify, ja. Ja, absolut. Ja, irgendwas physisches zum Angreifen ist schon irgendwie für uns war schon klar, dass wir das machen müssen. Und beim Titel Kassettenkinder kannst du halt nicht mit einer Vinyl allein ums Eck kommen so quasi. Und beides konnte man halt nicht machen dann und hätte man auch nicht verkauft wahrscheinlich und deshalb haben wir uns auf ein Ding konzentriert und deshalb die Kassette. Und dafür ist da die Verpackung eben alles drum und dran, ein Ghetto-Blaster mit dabei. On fleek. On fleek, das Ganze mit Kaugummi-Zigaretten, übrigens zwei Stück und einen Bleistift. Und einen Sticker und die, die Glück hatten, die hatten eine Kette. Genau, die haben auf der Kette gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt kein Glück in dem Fall. Du hast kein Glück gehabt, leider. Was für Ketten? Eine Kassettenkette. Genau. Also einfach nur eine silberne Kette mit so einem geilen Tape drauf. Ja, ganz genau. Also hängt ein Tape. Ja, aus Alufolie war sie dann. Aus Alufolie? Ja, oder Platin. Oder Platin im Bootcamp. Bin mir nicht mehr sicher, genau. Ein Mix aus Platin und Alufolie. Ah ja, sogar hinten. Alles oben, was ein richtiger Ghetto-Blaster braucht. Ja. 220 Volt Phono-Line, glaube ich. Genau, und ein Haufen Jokes, irgendwie Insider versteckt, auch auf dem Cover noch so. So ein bisschen was aufs Album hin. 0 bis 16 Bars zum Beispiel steht da drauf oder so. Sasa, Monk. Oder die Regler, genau. Das ist ja mal crazy, ja. Die 1.3, 1.2, keine Ahnung, was das heißt. Was ist das jetzt? Ja, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt nicht ausführen. Die, die Bescheid wissen. Ist das nicht so was... Das macht man so, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, was das heißt. Junge Leute sagen das doch immer. Ja, 1.3, 1.2 sagen das dann immer so. Dem distanziere ich mich natürlich. Sollen wir ein bisschen über die Kassetten reden? Also über die... Über den Inhalt? Die Kassette an sich. Ihr habt zwölf Nummern, wie man schon gesagt hat, kann man es bitte um Anspielstationen. Einmal sagen wir Anspielstationen, genau. Wir haben zwölf Anspielstationen auf diesem Album. Das erste heißt, glaube ich, sogar Intro. Die erste Anspielstation. Ja, genau. Und da gibt es was, da erzählt wer was. Über euch zwar. Erste Frage, ist das eine künstliche Intelligenz oder ist das ein Mensch, der das einspricht? Das weiß keiner so genau. Genau, wir wollen es auch, glaube ich, eher mystisch halten. Aber was ich sagen kann, weder das eine noch das andere. Wow, wow, wow. Okay, jetzt wird es mystisch. Oder das eine oder das andere. Ja, oder eine Mischung. Ein schöner Sticker übrigens. Also wenn ihr Glück habt, gibt es eine Chain und einen Sticker. Okay, der fällt da raus. Aber auf jeden Fall ein Intro, das bewusst auch relativ lang ist, also fast vier Minuten und die Leute eigentlich reinholen soll in diese Welt, wenn sie es sich wirklich anhören von Anfang an bis zum Ende. Und was du sicher gemacht hast, weil du ein Album-Konsument bist. Ja, ich interview euch. Ich habe es mal anhören müssen. Ja, das zusätzlich ist mir klar. Sorry, dass es sein muss. Sorry for that call. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich habe es gern gemacht. Ja, genau. Und es war uns wichtig, dass das halt auf so einem, weil Kassetten nicht nur immer Musik waren, sondern eben auch Hörspiele und Märchen und Geschichten, die man als Kind neben einem Lego-Zocken quasi gehört hat. Also ich vor allem. Ja, ich auch. Hast du das auch? Lego-Zocken? Nein, nein, Hörspiel-Kassetten in der Kindheit gehört. Drei-Frage-Zeichen. Nicht wirklich. Knickerbocker-Band. Ich habe einmal eine Tom-Turbo-Kassetten gehabt, wo der Thomas Breziner halt… Ich glaube, der hat es selber gesprochen. Ich glaube schon, ja. Ja, eh. Aber sonst eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also das ist mir eher nur von… Also ich selber daheim, glaube ich, das Einzige war eben mal so diese Tom-Turbo-Kassetten. Aber sonst, glaube ich… Also bei mir war es riesig. Ja, bei mir war es auch riesig. Also ich bin da, du bist halt dann neben Lego-Spielen quasi voll in diesem Film drin gewesen, den du noch gehört hast. Und die paar Märchenerzähler, die es damals gab, also das waren halt auch immer geile, charakteristische Stimmen so, also richtig schöne, alte Voices und so. Und das musste auf jeden Fall genau in die Richtung gehen, um halt die Leute quasi in diesen Film reinzuholen, quasi indem wir dann weiterfahren. Wo man dann gleich auf die zweite Anspielstation kommt. Ist es Balsam? Ja, genau. Ist die zweite Nummer. Mit dem DJ Kappazunda auf dem Cut. Ganz genau. Liebe Grüße. Beste Grüße. Shoutouts, Zunda. Liebe Grüße an den DJ Kappazunda, der hat auch ein neues Album. Ja. Auch ein mega Teil. Sehr, sehr geil. Inzwischen habe ich es endlich gehört, habe mich schon geschämt, weil er uns gratuliert hat zum Release und ich noch nicht mal seins gehört habe, einfach weil wir ein bisschen Stress gehabt haben. Hobby Professional, irgendwie sowas heißt es, glaube ich. Hobby Legend. Hobby Legend. Hobby Legend. Richtig geil. Ich habe die paar Sachen gehört, die bei Dry Vibes gelaufen sind und war direkt geflasht und überzeugt. Also mega, mega cooles Ding und jetzt habe ich es durch und feier es sehr. Herz euch das an. DJ Kappazunda. Unbedingt. Hobby Legend. Hobby Legend. The Hobby Legend, glaube ich. Auf Honigtags erschienen. Sorge genug mit Werbung. Wir kämen zur zweiten Anspielstation. Balsam. Balsam. Genau. Balsam für die deutsche Sprache. Wird da irgendwie postuliert. Ja, sage ich. Oder gecuttet vom Zunder. Ja. Aber du sagst das ja auch. Meine Stimme. Ja, quasi. Selber zitiert quasi. Was meinst du damit? Dass das Balsam ist für die deutsche Sprache. So, ich meine es gar nicht so super egoistisch, wie man es verstehen könnte quasi, sondern einfach so allgemein diese Wertschätzung in ein Album oder in ein Musikstück, wenn es auch nur ein Track ist, reinzuwerfen, dass das halt Balsam ist für die deutsche Sprache, wenn man sie dementsprechend gut behandelt und Wert darauf legt. Und schöne Worte zu verwenden und das halt nicht einfach nur so rauszufetzen. Quasi sich dabei was überlegt. Wirklich. Überlegen, Zeit zu nehmen und ich bin sowieso nicht der schnellste Schreiber, aber ja. Das ist ja dein Debütalbum. Vielleicht um das auch nochmal zu erwähnen. Du hast, wie lange rappst du schon? Seit 99, 2000 mit ganz langer Pause dazwischen irgendwie. Aber nie auf Kurt Hip Hop zu hören natürlich. Und dann hat es dich gejuckt irgendwann. Corona. Ah, wirklich? Ja, da habe ich mich nicht gelangweilt. Im Gegenteil, bin ich gerade Papa geworden kurz davor. Aber irgendwas habe ich gebraucht. Ich habe mich halt gefragt, was kann ich denn eigentlich wirklich gut, ohne zu groß in der Klickse zu stellen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt jobmäßig geht sich auch ein bisschen Equipment aus. Man könnte ja schon mal wieder mal probieren, was zu schreiben und so. Und das habe ich dann halt wieder gestartet und das hat mir Bock gemacht. Und dann hat das mit dem Venomare Contest klappt. Den habe ich gewonnen. Echt? Stimmt, ja. Vor zwei Jahren oder so oder drei Jahren oder so, oder? Jetzt mit dem jetzigen, jetzt ist ja gerade einer abgelaufen, also vor drei sozusagen. Vor drei Jahren. Genau, ja, genau. Und das war unser, unsere Kennenlern. Shoutouts an die Jungs. Ja. Liebe Grüße. Genau. Ja, und das war unser Kennenlern-Zeitpunkt dann. Genau. Quasi. Genau. Haben wir jetzt eh schon mehrfach erzählt quasi, dann hat er mir ein Bitpaket geschickt auf das hin und Schweden war die erste Nummer, die daraus entstanden ist. Das war jetzt gerade ein kurzer Seitenhieb, weil ich das letzte Interview bin. Wie? Weil du gesagt hast, das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal erzählt. Ach so. Ja, da kann ich aber nichts dafür. Das war aber nicht als Seitenhieb gedacht. Das war nicht so gedacht. Ich habe es nicht schon gemahnt. Ja, auf jeden Fall ich, genau, Bitpakete, Schweden, erster Track, der daraus entstanden ist, ein bisschen rumgelegen dann und ein bisschen, heute wird er drei Jahre alt. Wirklich? Der Schweden-Track. Ja, war die Kennenlern-Phase kurz darauf, im März, April ist es entstanden, also um den Dreh ist er so. Ist der auf der Hitten entstanden? Der erste Part. Nein, nein. Nein, 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 eben nicht. Das war letztes Jahr, also 23. Das heißt, 20 ist er entstanden und dann klagen, vor allem der erste Part. Ich habe dann ein bisschen gewartet und irgendwann den ersten, den zweiten geschrieben. und ja, genau. Es ist insofern interessant, weil Schweden ist der, wo soundästhetisch, ich finde, also so von meinem Empfinden her, ist der, der sticht am meisten raus noch, also weil er moderne auch produziert ist von der ganzen Soundästhetik. Positiv formuliert. Positiv formuliert, ja, genau. Sowieso. Alles ist positiv. Wir würden sagen, er passt dann wenigstens dazu, in den roten Faden rein. Nein, er sticht ein bisschen raus soundästhetisch. Inhaltlich passt er halt dann schon, auch wenn er sich jetzt um die Jetzt-Zeit quasi oder vielleicht auch sogar um die Zukunft ein bisschen einordnet. Einordnet, danke. Und ja, und das Thema Entschleunigung geht es halt da vor allem dabei irgendwie und dass man es halt ab und zu nicht mehr packt, was da draußen passiert. Und deswegen ein Haus in Schweden. Deswegen sich ein Haus in Schweden oder in die alten Zeiten zurückwünscht, wo alles halt noch sorglos und so. Ist das eine Metapher, ein Haus in Schweden, für alte Zeiten? Nicht für alte Zeiten, aber für... Aber für gute Zeiten. Für Entschleunigung und Ruhe, würde ich sagen. Entschleunigung und Ruhe, genau. Weg von den Bildschirmen. Kein Strom, kein Internet, so eher in die Richtung. Aber warum Schweden? Warum nicht... Ja, es könnte genauso Norwegen oder Finnland oder... Warum im Norden? Warum nicht Ägypten? Ja, weil ich wahrscheinlich einfach ein... Ein nordischer Typ. Ja, weil es da halt noch irgendwie Gebiete gibt, wo man sich halt so... Wo nix ist. Wald, wo man sich das halt eben vorstellen kann, dass man da in einem Haus... Ich habe es sehr... Also ich finde die Metapher auch sehr... Mir hat es jetzt nur interessiert, warum genau Schweden? Ja, hat keinen... Hat keinen Hintergrund. Es gibt, ich weiß, es gibt noch andere Hints auf Schweden auf dem Album. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja. Aber es hat deswegen... Es hat nix mit... Also... Wir sind aber Schweden-Fan. Keinen speziellen Grund, ja. Dieses Jahr gehe ich tatsächlich im Sommer in ein Häuschen in Schweden. Werdet ihr es dann merken, wenn ich euch voll spam mit dem Song noch einmal und irgendwelchen peinlichen Selfie-Aufnahmen vorgehe. Oh ja. Und dann so am Flughafen. Diggery am Flughafen. Schaut mal, bin in Schweden das erste Mal, der Track. Ja, genau. Und dann so im Laufe der Wochen 14 Mal den Track nochmal. Genau, Diggery in der Sauna. Diggery in der Sauna. Nackt. Das wird spannend. Ja, voll, da halte ich voll drauf. Komplett. Gebe ich mir. Reiz gespannt, schaut rein. Sexell. Ja, eh, das machen wir vielleicht auch über Onlyfans dann und nicht mehr im Monster. Ja, da hast du ja voll. Ja, wirklich. Das ist eh gescheit. Schreibt es uns in die Kommis, wenn ihr das feiern würdet. Ja, da kommt wenigstens was um. Schreibt es in die Kommis, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt. Schreibt die eins in den Chat. Das ist ein Onlyfans-Account. Bei 100 Kommentaren geht der Diggery in die Sauna für euch. Genau. Ja, und bei zwei Kommentare, also 100 bitte. Ja, 100 müssen es schon sein. Für die Sauna schon. Wir freuen uns auch über die zwei, aber für die Sauna müssen 100. Macht es euch lauter Fake-Accounts und schreibt es Kommentare. Genau, und kommentieren selber unter dem Interview, damit der Rü sich in die Sauna setzen kann. Endlich in die Sauna kommt. Aber dann müsstest du dann eher nach Finnland. Weil Finnland, da hat ja irgendwie so jeder Haushalt der Sauna. Stimmt schon, aber ich weiß schon, in welchem Haus ich sein werde und das hat ein Saunahäuschen. Hast du jetzt, weil das Album so erfolgreich war, ein Haus in Schweden gekauft? Ich habe ihn angeschnurrt, ob ich da nicht einmal zwei Wochen chillen kann mit der Fam. Und das machen wir. So, Bro, wir sind noch verwandt. Ja, Bro. Kannst du denn nicht nach so? Bro, bitte. Ich bin der Cousin, komm. Ich bin ein Cousin, Bro. Einmal für die Fam. Ich bin ein Cousin, Bro. Ich habe es euch wahrscheinlich zweimal gesagt im Leben, Alter, wir sind Fam. Wir müssen zusammenhalten. Ich muss mich auch auf die Suche nach Verwandtschaft machen. In Schweden. In irgendwelchen coolen Urlaubsdestinationen. Das ist the way to travel. Genau. Für Broke Leute. Ja. Broke Rapper. Yes. Aber man muss nicht unbedingt Broke sein. Nur weil man, es kann ja sein, dass du nebenbei Banker bist und halt. Ja, und so du als wäre ich Broke. Ja. Also, oder war das der Broker Line jetzt auf die. Nein, Broker nicht. Shiago Zeile quasi. Kann man das essen? Nein. Ja, es schmeckt süß. Shiago? Ist das was Japanisches? Ja, das war Spaß. Ich bin zwar nicht wirklich im Bilde, was so passiert, aber der Name ist mir sogar geläufig. Shiago. Und das ist ein Künstler aus Deutschland, glaube ich. Ja, genau. Der hat irgendeine Line, wo er sagt, ich war Broker, aber noch nie auf der Bank oder so oder an der Börse oder so. Ja, ziemlich harte Bar auf jeden Fall. Ja, ja, safe. Also hat er Bars, Shiago? Ja, hat schon Bars. Okay. Ich feiere es jetzt nicht so extrem, aber er hat hin und wieder schon eine gute Zeile, die hängen bleibt. Komm zum Freestyle, Mann, oder wenn du Bars hast. Ja, komm vorbei, Shiago. Er schaut es sicher. Ja, ich glaube auch. Shiago, Mann, komm vorbei, Cousin. So wie dein Cousin in Schweden, wo du vorbeikommen bist. Ja, genau. Nein, wo du vorbeikommen wirst. Wir freuen uns auf Instagram-Content auf jeden Fall aus Schweden. Sauna, die Sauna-Show. Neues Album, die Sauna-Show. Sauna-Show. Vielleicht. Vielleicht fährt das Sasser ja mit und ihr macht Beats in der Sauna. Ja, es ist ein bisschen wat für das Equipment, aber safe. Warum nicht? Ich war halt schon in Schweden das Jahr. Noch einmal. Aber für die Sauna. Würden wir es machen. Würden wir es machen. Bist du auch wegen dem Projekt jetzt nach Schweden gefahren und hast dir gedacht, jetzt habe ich einen Track produziert, der Schweden heißt. Jetzt muss ich hin. Nein, es hat sich so ergeben. Aber war dann natürlich ein guter Treffer für die ein oder andere Insta-Story. Ja, eben schon. Wer zuschaut, weiß Bescheid. Hat es sich natürlich gut ergeben. Content-Reisen sind das. Absolut. Ich glaube, da gibt es sogar Berufsbezeichnung dafür. Sind das dann nicht Influencer oder so? Na, Content-Creator. Ja. Also das ist ja eh das Gleiche, oder? Im Endeffekt. Im Prinzip. Oder ist es das so? Nein. Aber der Influencer kriegt doch dann gratis Hotels und so. Und kann dann eben... Aber Influencer, dann ja Content-Creator. Ja, ja. Das immer, aber ein Content-Creator ist nicht unbedingt ein Influencer. Voll, weil der Influencer hat immer so ein Fressen drauf. Und ist so, ja, ich mache das und das. Genau. Der vermarktet sich selbst. Aber da kann man gut verdienen. Im Dubai leben sehr viele Influencer. Könnte man, ja. Ganz sympathische Menschen, die das machen, finde ich auch so. Ja. Beiziehen. Ja, ja. Sportwagen gehen und... Ja, da gibt's Polizeiautos, die Bugattis sind und Lamborghinis. Voll cool. Ja. Mitten in der Wüste, ja. Da musst du denken... Ja, circa so das Gegenteil, wie wenn man nach Schweden in ein Häuschen im Wald zieht. Oh ja, das ist das krasse Gegenteil. Ja, Tube ist wirklich das komplette Gegenteil. Vor allem auch von der Temperatur, ich meine... Ja, ja, in jede Richtung. Dubai hat 50 Grad so, 300 Tage im Jahr wahrscheinlich. Ja. Und du, Schweden... Aber das ist das, was mir in Schweden gar nicht zahlen wird, das so ganz im... Nein, das ist... Oder das Dunkle. Ja, ja, also im Winter ist es halt voll dunkel und im Sommer halt voll hell die ganze Zeit. Das ist schon... Das muss man backen. Das eigen, ja. Wann fährst du im Sommer? Ja, im Juni, das ist dann der wärmste Monat in Schweden. Ja, und vor allem der hellste. Der hellste und der wärmste, ja. Bin mal gespannt, wie man das einfährt mit der Helligkeit. Aber ich glaube, ich kann besser mit der Helligkeit umgehen als mit der Dunkelheit. Das glaube ich auch. Ich finde das voll spannend. Also immer, wenn mir das irgendwie unterkommt, bei irgendeiner Serie oder sonst was, wenn Leute eben wirklich so nördlich leben, das gibt es in der Region. Crew Detective gerade? Ich glaube, Crew Detective, ganz genau, ja. Mit der Laskir. Es gibt ja echt Räume, wo es nur dunkel ist, dann für, keine Ahnung, acht Monate im Jahr oder so gefühlt. Also das muss einen Orgen-Einfluss haben. Ja, Jodie Foster, Shoutouts auch. Ja, ja. Schau an die Christen, Jodie. Schaut sicher zu. Ja, kenn ich gut. Worte ja auch mit dem... Vom Sehen. ...hitten im Album quasi executive produced. Ja, ist einmal kurz vorkommen in einem Film, den wir geschaut haben. Jodie. Jodie Foster. Genau. Das ist ja Schauspielerin, oder? Ja, Schauspielerin, ja. First Contact. Wearen wir schon bei... Panic Room. Panic Room, ja. Aber das ist später, also so Kassettenkinder gerecht. Das ist First Contact, diese... Da kennst du den nicht? Gangsters Paradise ist auch Jodie Foster, die Lehrerin, oder? Nein, 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 nein. Jetzt fangen wir noch einmal in einem 90er-Filmkentl so aus. Das war, glaube ich, die Michelle Pfeiffer. Mit Coolio Soundtrack Gangsters Paradise. Du hast recht, du hast recht. Na, Jodie Foster, wo man sie noch kennt, Schweigender Lämmer? Ja, genau. Danke, Bré, dass du das regelst für mich. Ich hätte jetzt einfach so ein Ding angefangen. Wurscht. Wie gesagt, ich like ihn nicht. Punkt der Fake-Checker. Das ist ja der Punkt, dass man leider nicht alles glauben soll, was sie im YouTube sagen. Ja. Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Alles fact-checkt. Vor allem nicht auf dem Kanal oder auf DorfTV. Also DorfTV, wenn ich mit Rap, das sind alles so Kanäle... Lügenpresse. Völlige Lügenpresse. Das kann man nicht ernst nehmen. Also ernst nehmen vielleicht, aber halt... Die Wahrheit liegt... Irgendwo. Irgendwo. Vergraben. Im Mariannen-Graben. Weil der ist tief. Das ist die tiefste Stelle auf der Erde. Die Leute wissen das. Fact-checkt's das. Fact-checkt's das. Aber jetzt würde man eigentlich sagen, ja, aber wer weiß das? Also, keine Ahnung. Waren die Amerikaner am Mond? Kann man ja nicht. Ja, das Fassl machen wir besser nicht. Aber dass die Erde eine Scheibe ist, das haben wir uns hoffentlich. Gibt es zu? Einig. Ich glaube, ja. Was? Dass die Erde eine Scheibe ist, sagen wir uns einig. Ja, ja. Gut. Du musst nur lang fliegen und dann wird das klar. Extrem lang fliegen. Langstrecke halt. Ja, Langstreckenflug. Da merkst du es dann. Anspielstationen und Langstreckenflüge. Schöne Wörter eigentlich. So, jetzt haben wir uns sehr verplaudert. Unser neues Album. Anspielstationen und Langstreckenflüge. Ja, und das produzieren wir dann in einem Langstreckenflug. Oh ja. Auf der Unterseite. Ich trage hin und her, hin und her. Das ist auch super für den ökologischen Fußabdruck. Ja. Ein Traum. Ein Bio-Album wird das dann. Ja. Keine Tiere wurden. Da ist die Kassetten dann aus Kompost oder so. Oder Essbar, dass man es am Schluss essen kann. Zweimal durchhören und dann... Und dann kannst du es essen. Dann ist es durch. Und dann wird es wieder zu Kompost. Und dann kannst du es wieder in die Kassette. Das wäre cool. Ein Kassettenbaum. Ja. Schade, dass es das nicht gibt. Schade. Aber ja. Auf jeden Fall. Die Kassetten von diesem Kassettenbaum gibt es... Kann man die jetzt noch wo käuflich erwerben? Ja, es gibt noch ein paar restliche. Aber je nachdem, wann es rauskommt... Das Interview. Dieses Interview von dir, von uns. Dann wahrscheinlich keine mehr. Wird es knapp. Aber diggeru.com könnt es noch... Schauen und versuchen, das Formular auszufüllen. Wenn es kein Formular mehr zu finden gibt, dann gibt es auch kein Tape mehr. Leider. Okay. Aber... Vielleicht mache ich ein Brudel. Schreibt es mir. Einfach... Er überspielt es euch. Ich überspiele es euch um ein Zehner. Fair enough. Fair enough. Das Cover-Druck. Seid ihr gegönnt. Ja. Gönne ich dir auch. Jedes Zehner den... Ein bisschen was muss ich verdienen. Reden wir wieder über Musik. Bitte. Weil es ist ja... Wir sind ja nicht zum Spaß da. Aber es ist ja... Ab und zu ist es ja ein Podcast, wenn ich mit Rap... Das ist jetzt nur kurz ein Sidestep. Sasa Mank, falls wer das nicht weiß, der ist ja auch quasi Konkurrenz von mir eigentlich in Wahrheit. Deswegen ist das alles auch so... Deswegen ist es auch so komisch gestimmt. Aber er ist ein Teil des Wenn-ich-mit-Rap-Podcasts. Das ist ein österreichischer... Das sieht sich zwischen euch, dann geht es. Damit das nicht... Rü reguliert. Rü reguliert. Rü reguliert. Du bist der Rü-Goleder. Und der Podcast, den gibt es jetzt seit fünf Jahren. Genau. Und ihr macht halt auch ähnliche Sachen, so ein bisschen Rapper-Innen-Interview. Monatlich kommt ein Podcast raus mit Video, den releasen wir monatlich auf YouTube. Genau. Wir sind jetzt fünf Jahre dabei. Also wir machen das seit fünf Jahren. Link in Bio. Genau. Link in Bio. Immer am ersten im Monat, oder? Genau. Jeden ersten des Monats. It's the first of the month. Kommt eine Folge, wenn nicht mit Rap. Mit dem Gehäut quasi. Ja. Naja. Kommt drauf an, wer das Gehalt zahlt, würde ich sagen. Stimmt. Stimmt. Okay. Checkt auf jeden Fall diesen Channel. Den gibt es auf YouTube. Unbedingt. Schaut es einmal vorbei bei einer Sprechstunde, beziehungsweise beim Stammtisch. Das haben wir jetzt umbenannt. Schaut es einmal vorbei. Findet wöchentlich statt, am Freitag, beziehungsweise alle zwei Wochen. Aber wer interessiert ist, einfach auf unseren Insta-Kanal schauen. Da kriegt ihr alle Infos diesbezüglich. Genau. Und da kann man hingehen und sie mit MusikerInnen connecten. Genau. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum. Ganz genau. Während wir das Interview hier führen, findet gerade einer statt. Stimmt. Genau. Jetzt, heute ist Freitag. Genau. Jetzt gerade. Es ist jetzt gerade. Liebe Grüße in die Pilkabgasse. Wo ist das? Das Hauptquartier. Hamburger Straße. Rechte Windseile 71. Rechte Windseile 71. Schaut es dort hin. Jeden zweiten Freitag. Genau. Und wenn ihr nicht Insta habt, dann schaut es einfach zufällig am Freitag hin. Es ist 50-50. Genau. Genau. Und den YouTube-Kanal checkt es auch aus. Und was gibt es noch? Ihr macht es auch festeln, so hin und wieder festeln. Ganz genau. Schaut es das auch alles checken so und dort hingehen und zwar Bier trinken. Genau. Jetzt aktuell, jetzt muss ich fast nachschauen, aber jetzt im April. 27. 27. Danke. Ich weiß das besser. Also 27. Vierter wieder Naturtalente. Ganz genau. Im Club 1019, das ist Spitellau dort in der Gegend. Ja, im neinten. Spielen auch alle Contest-Finalisten. Alle? Also unbedingt vorbeischauen. Ist ein super Newcomer-Event. Voll. Und Pizzo Fox sind die Decks, damit nicht alle so jung sind. Genau. Also Pizzo Fox ist auch sehr jung, aber... Sowieso. Und im Vergleich... Super jung geblieben. Super jung geblieben. Also auf jeden Fall liebe Grüße. Liebe Grüße an den Pizzo Fox. Und liebe Grüße an alle KünstlerInnen, die dort auftreten. Alle diese, ja, liebe Grüße auf jeden Fall. An diese Menschen. Liebe Grüße von uns. Liebe Grüße von... Beste Grüße von uns, genau. Beste Liebe Grüße. Wenn man so viel... Ich muss jetzt kurz noch was dazu sagen. Ich bin ja nicht der, der bei uns die Rolle hat, diese Ankündigungen zu machen. Ja, ich bin ja der Mann hinter der Cam, insofern das ist jetzt eine direkte Challenge. Trotzdem. Ja, er ist beides der Karl. Ich bin hinter der Cam. Ja, genau. Und vor der Cam. Wie macht er das nur? Hat er einen Bruder? Ja. Gibt es da jemanden, der hinter der Cam steht? Gibt es da einen Zwillingsbruder? Naja. Wir wissen es nicht. Ich will nur sagen, in manchen Interviews habe ich eine Hauben auf. Kann ja sein, dass mein Zwillingsbruder kurze Haare hat. Ich habe es noch nie mit offenen Haaren und einer Haube gleichzeitig gesehen. Ja. In einem Raum. Ja. Es bleibt alles ein Rätsel auf jeden Fall. Bitte? Haube oder Cap? Haube. Haube. Es bleibt alles ein Rätsel, was man nicht auflöst. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil die Sachen müssen mystisch bleiben. Ja, genau. Die Sachen müssen mystisch sein, weil sonst ist es fad. Wenn man alles weiß, ist ja nicht spannend. Genau. Und deswegen, um das Album zu demystifizieren. Reden wir jetzt noch ein bisschen drüber. Es gibt den Titel Track Kassettenkinder, der dann nach Balsam so daherkommt als dritte Anspielstation. Kassettenkinder mit K.O. Featuring K.O. Der K.O. ist ein Rapper aus Linz, der damals markante Handlungen, falls das wer kennt, zum Beispiel K.O. und Fact. Shoutouts an K.O. und an Fact. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Man soll ihnen zu viel Liebe Grüße geben, weil irgendwann ist man immer special, wenn man Liebe Grüße kriegt. Aber jetzt auch sanfte Grüße sagen. Das ist auch so. Sanfte und Liebe Grüße an K.O. Und an den Fact natürlich. Und wie ist es dazu gekommen? Habt ihr denn quasi, hast du gedacht, oder du gedacht beim Beat? Ich hab mir gedacht, ich hab mir schon lange gedacht, ich hätte halt gern irgendeinen OG auf dem Album, um ein bisschen zu unterstreichen, dass wir nicht ganz scheiße sind. Und hab's dann halt einfach… Das hast du jetzt super formuliert. Das Album legitimieren. Ja, genau. Sie haben ja das Album legitimiert und K.O. war einer aus dem Album. In dieser Kategorie. Ja, und ich hab einfach Bock gehabt, mit ihm was zusammen zu machen, auch wenn wir uns noch nicht gekannt haben und persönlich getroffen. Deshalb rechne ich es ihm sehr hoch an, dass er zugesagt hat. Ich hab ihm Part und Hook geschickt quasi auf den Beat. Und nach ein bisschen Überlegung und so und probieren, hat er dann einfach abgeliefert und gemacht und seinen Part da drauf recordet. Super professionell hätte man natürlich nichts anderes erwartet, als bei sich selber oder beim Kumpel, glaube ich, dann aufgenommen. Irgendwo hat er Studiummöglichkeit auf jeden Fall, wo er halt gescheiter recorden kann und hat uns das geschickt und halt natürlich alles perfekt passt so. Das war sehr cool von der Zusammenarbeit her. Und wir haben das Video zusammen gedreht in Wien. Das ist in einem Geschäft. Antiquariat Bücherernst, wo der Sasaml kackelt hat als 18-jähriger Bursch. Liebe Grüße an dieses Antiquariat, würde ich sagen, oder? Ja, und Harry an den Besitzer. Genau, Harry. Das Hagel-Showdown. Bester Mann, ja. Ja, der hat uns einfach, wir haben zwei oder drei Stunden angesetzt zum Filmen und haben als Doppelte gebraucht und er hat das ausgesessen und uns ertragen. Und auch wenn er heim hätte müssen zu der Family, hat er uns machen lassen. Und das hat die Drehzeit maßlos überschreitet. Also gut, dass er zwei Rapper nicht allein sich am Laden lässt, ist auch klar, dass er lieber da bleibt. Vor allem so gefährlich aussehende wie Keo. Ja, wir haben uns dann auch kennengelernt und ich glaube, heute würde er uns auch abschließen lassen. Okay, sehr gut. Und Keo hat da auch sehr viel mitgewirkt im Video, nicht nur als Vorderkamera, sondern auch dahinter mit Ideen und so. Und das haben wir sehr geschätzt, dass er sich da so eingebracht hat und sehr brennt hat auch für das Ding dann. War sehr cool. Voll. Und Shot by Philipp hat das Video halt gekillt. Also beste Grüße auch an den Shot by Philipp. Super, super Typ. Mega Video geworden. Liebe Grüße. Es hagelt weiterhin Shoutouts. Liebe Grüße. Shot by Philipp. Genau. Ist das sein Fotografen-Name? Das ist der Künstlername als Videograf. Voll gut. Der hat das Video gemacht zu Kassettenkinder. Ich habe mich halt gleich gefragt, ob das dieser Laden ist, von dem du redest, halt in einem Track. Im Intro, meinst du? Ja, in irgendeinem Track redest du. Im Intro wird über das Antiquariat geredet und den Bubats, keine Ahnung was das ist, Bubats rauchenden Elefanten. So eine Pfeife wahrscheinlich oder so. Das ist dieser Mann. Na, das ist ein Antiquariatbesitzer, der in dem Fall, also der Elefant, ja, das könnte man in Verbindung bringen, aber halt ein weiser, alter Elefant, der dann mir in dem Fall in der Story, dem Kassettenkind, die Rue, weiterhilft, an die vergrabenen Schätze oder an die Beats da ranzukommen oder die abzuspielen. Ihr kennt die Story, ihr habt sie ja gehört. Natürlich, müssen wir jetzt ja nicht drüber reden. Also das ist, aber natürlich bewusst auch den Konnex hergestellt, ja, zu dem Bücher Antiquariat, das ja real durchaus existiert, ja, so. Und ein Orgaspot ist, also wenn man mal Lust hat auf so Nostalgiegefühl im Sinne, sich durch alte Zeitungen oder Bücher zu blättern, unbedingt zum Bücherernst schauen, ja. Wo ist der? Guntendorfer Straße, also wenn du von der Pilgramgasse raufgehst, die Höhe hat circa, ja. 1060 Wien. Ich glaube, ja. Ja klar, hinter dem Apollo halt, die Guntendorfer Straße rum. Gegenüber vom Rabbit Eye Movement, das kennen vielleicht ein paar Hip-Hop-Hats von Nightjaws. Kenn ich zum Beispiel nicht. Ja, dann google es besser. Factcheck das. Factcheck. Ich schaue mir das alles an. Ich schaue mir das alles durch. Diese Infos, gell, das werde ich alles nochmal checken. Ja, ja. So, wir schauen weiter in die Schalt... Na, wie kann man das Wort... Anspielstationen. Anspielstationen. Nummer 4. Nummer 4 Schweden, aber da haben wir schon drüber geredet. Ja. Und da reden wir jetzt sicher nicht mehr drüber. Weil, wieso soll ich mal über einen Track zweimal reden? Das ist ja voll unfair. Ja, das stimmt. Das wäre nicht wirklich okay. Ich wäre nicht fair den anderen Tracks gegenüber. Nebeltage mit... Du bist nichts Besseres Schweden als die anderen. Wirklich? Genau, du bist einfach nur einer von zwölf. Übertreib nicht deine Rolle. Genau. Aber wenn du ein Single bist. Schweden. Aber wenn du ein Video hast. Schweden, Brudi, komm runter. Ja, Schweden ist sehr präsent. Aber wir reden jetzt über Nebeltage mit Moses MC. Moses MC. Moses MC. Also gleich ausgesprochen wie der Tiroler Moses, aber anders geschrieben. Da würde es nur Beef hakeln. Ich glaube nicht, wenn sich die zwei treffen würden, würden sie sich gegenseitig liefern. Da gibt es nur liebe Grüße. Das glaube ich auch. Da gibt es nur sanfte liebe Grüße. Ich durfte den Tiroler Moses auch schon auf dem WNMR fünf Jahre den kennenlernen. Mega Typ und glaube ich mit dir gut befreundet, wenn du vorher so off-cam behauptet hast. Also einseitig zumindest. Wir werden das auch checken. Einseitig zumindest. Ich mag er, ob er mich mag. Ja, eben. Weiß ich nicht. Das wollen wir dann wissen von ihm. Genau. Ich will es nicht wissen. Also Shoutouts an beide Moseses. Moses SS. Drei Mal. Moses SS. Moses SS. Ich kann ja mal ein Album machen. Das wäre doch lustig. Moses und Moses. Das wäre super. Die Moses SS. Das geteilte Meer. Genau. Wir hatten ja das Release-Konzert in Dornbirn und das war zuerst in einer kleineren, in der Location, wo wir waren, im Spielboden, im kleineren Bereich. Den haben wir dann ausverkauft und wurden hochverlegt. Mein Lieblingswort, hochverlegt. Das lasse ich mir ins Knack tätowieren. Was ist die Idee, Bruder? Hochverlegt oder auf Neudeutsch abge... Oh, klar. Warte mal, wie sagt man, wenn man... Abgegradet. Abgegradet. Ja. Abgegradet. Das neue Upgrade ist das hochverlegt. Und das werde ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren tätowieren oder so. Ja gut. Oder eher unter die Ohren. Da hat man die Idee, wir haben es dann leider nicht durchgezogen, weil eben dieses Upgrade kam und wir dann im großen Saal waren, wo es sich dann irgendwie von der Architektur her keinen Sinn mehr gemacht hat. Wir wollten die Crowd teilen und den Moses dann durch die Mitte laufen lassen auf die Bühne. Das wäre ein großer Show-Effekt gewesen, aber das haben wir dann doch nicht machen können. Beziehungsweise war es dem Moses auch unangenehm. War auch ein bisschen drüber. War schon okay. Du siehst, wir denken groß einfach grundsätzlich. Dream big. Ja. Oder? Ja. Go big or go home. Genau. Never not working. Ja, genau. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Folgt uns für mehr Lifestyle-Tipps und Zitate. Tricks, genau. Genau. Moses MC, ein super Vorarlberger MC, der auch schon viel gemacht hat. 10 Jahre jünger ist, also so ein Jahrgänger von dir wahrscheinlich und ja, verstehen uns menschlich mega gut. Und der hat, ich wollte eigentlich vorher jemand anders den Part machen lassen. Da hat es dann nicht geklappt und dann war noch einmal jemand und dann hat es auch nicht geklappt. Und dann ist der Moses einfach eingesprungen und hat mir halt innerhalb von vier Stunden dieses dopen Part geliefert. Und ja, deshalb nur Liebe an Moses. Liebe Grüße an den Moses MC. Sanfte Grüße, Moses. Sentimentale Grüße. Sentimentale Grüße. Sanfte Grüße. Sanfte? Haben wir das nicht schon gehört? Das kommt aus Demolition Man. Sanfte Grüße? Ja, ja, genau. Jeder, euer, der Richtige. Ja, der Richtige Demolition. Was ist das? Wer ist das? Wesley Snipes. Wesley Snipes. Und da wird... Das ist eine Zukunftswelt. Großartig. Er ist der Cop, der eingefroren wurde. Genau, aufgetaut wird. Um den superbösen Wesley Snipes zu catchen. Ja, genau. Und Wesley Snipes hat super steile, blondierte Haare. Ja, ich komme so vom Acting her eher rüber, wie so ein Joker, der drüber ist. Irgendwie so ein Batman-Joker. Ja, voll. Stimmt. Der ein bisschen drüber ist und völlig... Ja, legendärer Film auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich mal anschauen kann. Ja, das kannst du jederzeit. Und da wirst du dich erinnern dran, wenn du das erste Mal dann sanfte Grüße hörst, wenn du ihn auf Deutsch anschaust. Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht schaue ich mir dann ausnahmsweise auf Deutsch schauen. Jetzt muss man ganz schwer... Ja, spannend, was das... Ist es dann so richtig so, sanfte Grüße, scheiß Kerl. Deutsche Synchronsprecher ist hier in die Ruhe Richtung. Es ist wirklich einfach das... Also niemand spricht so. Ja. Noch nie hat wer so geredet... Außer Stand-Up-Comedians jetzt, die das alle imitieren und so. Ja, der ist... Ja, der ist... Ja, der natürlich. Aber grundsätzlich Synchronstimmen ist... Genau. Aber ist okay. Liebe Grüße an SynchronsprecherInnen. Ja, genau. Wichtig. Wollen wir über den Track selber auch reden oder... Nein. Wir gingen weiter. Nein, natürlich. Natürlich wollen wir über den Track reden. Nebeltage. Was kannst du mir erzählen über den Track? Jetzt wollte ich dich jetzt fragen. Was kannst du mir erzählen über den Track? Ich, wenn ich jetzt an den Track denke, denke ich an nebelige Tage in Schweden. Okay, das war jetzt einfach rausgestanzt aus dem Titel. Ja, ich habe ja die Zeile drauf, weil es direkt auf Schweden folgt, der Song. Nur Idealisten träumen von einem Haus in Schweden, wo ich mich dann selber quasi hinterfrage. So, hör auf zu träumen, sei realistischer und ist nicht immer so geil, alles. Und habe mir das Thema Alkohol vorgeknüpft. Und auf dem zweiten Part, der Moses kümmert sich mehr um das Weed-Thema. Also, ich weiß nicht, um was es genau geht da, aber hat er mir gesagt, wie... Nur um CBD. Und genau. Nein, wir wollten halt diese zwei gängigsten quasi Drogen, die es halt so gibt in unserer Gesellschaft, für uns jetzt zumindest, einfach mal thematisieren. Und das halt für mich irgendwie ein bisschen reflektieren, wie die letzten 20 Jahre waren. Also eher so die Jugendjahre quasi. Und da habe ich halt schon sehr gut Alkohol konsumiert. Ich hatte nie ein Problem gehabt damit, aber ich wollte einfach mal drüber reden. Und aktuell trinke ich keinen. Deshalb hat es mich beschäftigt, wie ich in der Vergangenheit auf Alkohol drauf war, was so passiert ist und so. Das war, ja, genau. Und der zweite Part zollt sich eben um die zweite... Alltagsdroge. Genau. Und das hat der Moses in dem Fall sehr hervorragend gemacht. Absolut. Liebe Grüße nochmal an den Moses. Und ich war eben nicht sicher, ob man jetzt Mu, weil es ist mit zwei Ohren oder vielleicht Muses. Es ist ein Regular... Elch MC eigentlich, oder? Elch MC. Ja, der Mus. A.K.A. Elch MC. Elch MC. Elch MC. Elch MC. Elch MC. Okay, jetzt trifft er mir schon wieder. Shoutouts an DJ Elk. Es wird wild herumgetrifftet. Wir bewegen uns so durch. Es wird wild herumgetrifftet. So, die Anspielstation Nummer 6, Sega Session. Da geht es um eine Konsole, die... Oder Sega war doch eine Konsole? Sega war eine Konsole, ja. Ja, Sega Megadrive. Ja. Genau. Der Titel reimt sich auf den Reim, der komplett durchgezogen wird in dem Part, der es eigentlich nur ist quasi. Also eine kurze Session. Eigentlich hätte er auch Karate-Kit heißen können, weil wir dann die Sounds hinten raus eingebaut haben. Ein Mr. Miyagi-Zitat kommt vor. Zieht euch das rein. Ich sage es jetzt nicht, weil ich es zum einen nicht rezitieren kann und zum Zweiten, weil ihr das Album hören sollt. Und ihr schon gehört habt. Und dann einen Stream. Genau. Und einen Stream mehr. Kann ja nicht schaden. Und wollt ihr nicht 0,0000000004 Cent an den Digore geben? Ja. Mit einem Click-up-spot. Bitte, bitte. Also der braucht 0,0000004 Cent. Warte mal. 0,0000002, weil ihr teilt es euch ja. Ja, genau. Oder der Digore schiebt sich alles ein. Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt aber auch da nichts losreden. 50, 50, 50. 50, 50, genau. Alles gut. Endlich kriegen die Producer das, was sie verdient haben. Nicht nur vom, jetzt Depp hat gesagt, Gehörte-Stream-Einnahmen, sondern auch vom Digore und Sazamank. Ja, da war mir sehr wichtig, das immer zu betonen. Und klar, da gibt es die eine oder andere Situation, wo man dann halt als der Rapper im Vordergrund ist. Aber mir war das immer wichtig, dass das ein Tag-Team-Album ist. Und deshalb, auch wenn wir dann ein bisschen vorausskippen, ist der Bekind Rewind. Das ist ein Instrumental, das am Album ist, weil ich zu viel Respekt hatte vor dem Beat, um zu berappen. Der war einfach zu schön und deshalb haben wir noch ein bisschen ein paar Vocal-Samples drauf. Ja genau, da haben wir noch ein bisschen so alte Produktions-Videos von Kassetten, habe ich da ein bisschen drin gewildert, um ein paar gute Word-Cuts zu finden, die thematisch zu dem ganzen Ding passen. Das ist ja immer angenehm, mag ich sehr gerne sowas, wenn in einem Album mal eine Instrumental-Nummer kommt. Und das ist so, ich habe immer gesagt, wenn es ein bisschen deppert klingt, das ist so Sazasein-Schlagzeug-Solo auf dem Album quasi. Und eben, einfach die Wertschätzung gegenüber dem Producer, das ist einfach so oft so schlecht verteilt, das wollte man ein bisschen anders machen und deshalb einfach auch nochmal, um das rauszuheben, ein Instrumental drauf. Ja, ich finde auch, Tag-Team ist schon was Grundsätzliches anderes, als wenn jetzt einfach irgendwie Beat-Pakete verteilt werden und dann pickt er mal ein Rapper einen Beat und baut das aber mit zehn verschiedenen Produzenten auf irgendeine EP dann zusammen, dann ist das ja auch ein anderer Zugang, als wenn man sich wirklich entschließt, gemeinsam ein Produkt zu schaffen. Vor allem persönlich. Genau. Weil man kann schon über das Internet der Album gemeinsam machen, was auch passiert und was ja auch, es ist einfach ein ganz anderer Zugang oder was heißt Zugang, es ist ja, ich finde das persönlich, wenn man das persönlich macht, es ist was unwiederbringend, also es ist was, du kannst diesen Vibe, den man dann, also das wäre zum Beispiel, das Album wäre nie entstanden, wenn es nur online gewesen wäre, würde ich behaupten. Ja, zumindest nicht so geworden, wie es jetzt geworden ist. Und sehr wahrscheinlich bei Schweden eingeschlafen. Also im Sinne von nur reinem Online-Hin-und-Herschicken, also für mich ist persönlich auch, du kannst das auch mit einer Zoom-Session, jetzt Depp hat gesagt, herstellen. Ja, es stimmt, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich dran, du hast mir den geschickt, ich habe dann den Part geschickt und die Hook und dann bin ich dann nach Wien gekommen, ich weiß nicht mehr für was, aber auf jeden Fall haben wir uns getroffen und haben noch einen Tag oder eineinhalb Tage dann Session gemacht und das mal recorded und uns dann besser menschlich einfach auch kennengelernt. Und das war dann schon komplett was anderes, wenn man sich einmal gesehen hat für ein paar Stunden oder einen Tag. Und wenn man dann halt merkt, okay, man connectet es eher auf der gleichen Wellenlänge, ja, dann ändert das schon mal viel. Und es ging halt nicht immer so, dass wir uns treffen, das ist halt eher das Traurige dran, so quasi, dass ich halt sechseinhalb Stunden herfahren muss oder umgekehrt. Und ja, aber das haben wir doch öfter dann durchgezogen und deshalb vor allem auch das Bootcamp. Wenn man diese Distanz nicht gehabt hätte und ich in Wien wäre oder so, ich glaube, dann hätte man halt, ja, mehr bei dir dann gearbeitet einfach. Und who knows, wie viel dann rumkommen wäre auch, also kann man jetzt schwer einschätzen. Ich meine, das war wahrscheinlich ein paar Tage, wo man wirklich dann intensiv sie dem widmet. Natürlich ist es was anderes, wenn man in derselben Stadt wohnt und dann jede Woche sich zusammengucken kann oder potenziell, ja. Aber man muss das halt auch mehr planen und dann auch wirklich konkreter arbeiten. Also das war für mich was Superschönes auch zu erfahren in dem Bootcamp, dass wenn man sich den Rahmen dafür schafft, dann auch viel mehr weitergehen kann in einem Tag, als man es vermeintlich gewohnt ist in seinem alltäglichen Setting. Weil wenn du dann wirklich vier, fünf Tage aussteigst und auch nicht dauernd auf dein Handy schaust und auch nicht irgendwie dauernd mit dem klassischen Alltag kommunizierst oder deine Insta-Stories zum hundertsten Mal checkst, so wie wir es alle tun, irgendwie im Alltag, dann hast du auch die Möglichkeit, dann hörst du wieder viel mehr oder kriegst viel mehr Fokus und Scope auf das, was du gerade tust und das war für mich auch eine super Erfahrung so in die Richtung. Also das ist für mich auch auf jeden Fall ein Modus, den ich weiter betreiben will und wir werden sicher uns auch wieder früh oder später in einer oder anderen Form so in ein Bootcamp hauen zu zweit. Das heißt, Album 2 kommt? Irgendwann sicher. Sicher. Oder machst du jetzt, oder kannst du in 20 Jahren wieder, oder in 25 Jahren, weil du hast jetzt 25 Jahre quasi, rappst du schon, Album 1 und jetzt nur 25 Jahre, Album 2, das wäre ja eigentlich dann wirklich cool. Nein, nein, so lange lassen wir uns nicht mehr Zeit damit, aber wir bleiben auf jeden Fall zusammen dran und werden nicht nur exklusiv miteinander Zeug machen, aber ihr dürft so fremd gehen. Das ist eine offene Beziehung. Ja, ein offenes Tag Team. Eine sehr gefestigte, offene Beziehung. Super. Er steht da, das erste Baby ist ja recht fesch. Kann man anschauen. Super Formulierung. Kann man anschauen. Das Kassettenkind, das kleine. Das kleine Kassettenkind. Der Kassettensohn. Der Kassettensohn. Sleep Mode Nummer 7. Ja. Anspielstation 7. Ja. Ganz anders tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil auch Autotune am Start ist. Wollen wir uns ein bisschen austesten nochmal in die Richtung. Ich probiere es eh immer mit Singen immer wieder so und werde dann eiskalt abgelehnt vom Sasa und sagt, ja Bruder, rappt die Hook vielleicht besser. Da machen wir Katsch. Ich möchte dann immer so auf dem Weg zum Popstar im Kopf quasi dann die Hook trellern irgendwie und muss mir dann eh selber eingestehen. So, ja, es gibt eine gewisse Range, die ich bedienen kann, die mir dann auch nachher taugt, aber oft ist es gut, wenn er mal da reingrätscht und sagt, Brudi. Einmal eine ehrliche Meinung. Ganz ehrlich. Tu's nicht. Das ist mir gerade guten Freunden schuldig, die ehrliche Meinung und ich möchte schon einräumen, so hart war ich nicht. Also man möge sich Schweden anhören oder so. Also es gibt ja auch genug Songs, wo durchaus melodische Hook stattfinden. Aber da hat es denen ja auch passt. Und in manchen Situationen oder bei manchen Songs hat es halt nicht so gut passt und da habe ich mich dann besser gefunden, als ich bin. Und dann ist man schon so offen und ehrlich. Auch ich reg mich dann bei dir auf, wenn ich mit irgendwas nicht happy bin, soundmäßig und jammer dann halt fünfmal rum, bis du es hörst und dann machen wir es halt vielleicht so oder du argumentierst so dagegen, dass wir irgendwie auf den Punkt kommen. Aber ich glaube, das gehört halt auch dazu. So muss es sein. Konstruktiv Kritik aneinander. Ja, voll. Weil nur dann wird es besser. Wenn man das nicht funktioniert, dann wird es nicht funktionieren. Dass wir beide völlig ego-befreit und schmeißen uns jetzt nicht wilde Sachen am Kopf, aber sagen uns halt, ja, na, überleg dir das nochmal, ob du das so sagen willst. Das ist die klassische Vier. Ja, genau. So ein Gesangshook. Ah, geil. Ja, aber für mich muss ich sagen, so ein Highlight, mir taugt der Song sehr nach wie vor. Ich höre ihn gern. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, ob er präsent ist bei dir jetzt irgendwie oder irgendwie raussticht von dem Ding, weil er halt ein bisschen anders ist. Dadurch, dass er, glaube ich, direkt vor der Be Kind Rewind oder danach davor kommt. Und das macht es eben auch aus, so ein Instrumental-Ding, dass sie dann die Nummer davor und danach so ein bisschen wieder einen Schein kriegen. Es ist noch einer dazwischen, aber... Sollmädchen. Stimmt. Aber der geht auch in eine eher ruhigere Richtung. Und von dem her passt dann schon dieses Dreier-Set ein. Ja, auf jeden Fall in eher gesänftigteren Nummern. Ja. Sleep-Mode. Erzähl mir nur was. Ich habe nämlich gerade kein Bar davon im Kopf oder kein lustiges... Ich lebe auf großem Fuß, als wäre ich ein Italiener. Warum? Genau, habe ich nicht gecheckt. Weil ich bin im Stiefel, oder? Ja. Es gibt keinen größeren Fuß, auf dem man leben kann. Ja. Ich finde die schon, da bin ich sehr... Ja, es ist ein Bar. Also ich finde die schon... Es ist eher ein Bar, sag ich mal. Schreibt es in die Kommis, ob das ein Bar ist oder nicht. Ist es eine Bad-Bar oder ist es eine Bar? Schreibt es, Drop in Kommis. Nein, es ist eher gut. Jetzt, wo ich nur mal nachdenke, ich war beim ersten Mal her noch so, ich habe eher so ein mafiöse Ding gedacht, keine Ahnung. Ich meine, ist das rassistisch, wenn man bei Italiener einen kleinen Mafia denkt? Ja, mitunter. Mitunter, mitunter. Das ist jetzt dein Problem. Genau, das hast du gesagt. Also, beziehungsweise war das nicht, um das klarzustellen. Ich liebe alle... Sag mal, ich habe dich ein bisschen reinkriegt. Du magst gern Pizza, oder? Ich mag alle Pizzen. Und ich mag alle Spaghetti. No Racism here. In Rhyme Time TV. Außer white on white, das geht halt schon. Also, ich kann schon die verarschen, so das darf ich. Ja, bitte. Ohne gecancelt zu werden. Wegen dem Vorarlberger Dialekt. Genau, zum Beispiel. Aber ich tue es ja nicht. Man soll ja generell sagen, wegen seiner Herkunft. Und du sagst ja auf deinem Album, was sagst du, Sexismus ist uncool und Klimakleber-Trashen. Interessantes Statement. Inwiefern interessant? Weil das Klimakleber-Debatte, das war ja wirklich ein Riesenthema im medialen, im deutschsprachigen Raum. Also, ich fahre in Deutschland und in Österreich und da ist die Meinung, also da habe ich oft mit Menschen gesprochen, denen ich eigentlich die mag, so auch politisch gesehen. Und die haben sich dann doch sehr drüber aufgeregt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch doch dann sehr verstanden. Weil eben, und das Problem ist, dass dann durch diese Klimakleber... Trashen und Trashen ist ja noch einmal ein Unterschied. Ja, nein, also Trashen soll man gar keinen. Also generell Gewaltdiskal lösen. Nein, aber es geht ja schon auch im Speziellen darum, quasi, dass es so weit ausartet, dass man diesen Konflikt nicht einfach besprechen kann nur, sondern dann auch noch so handeln muss irgendwie, gefühlt. Das ist ja traurigerweise mehrmals passiert. Ja, eben. Oder so, ich habe die Szenen im Kopf, wie die Leute die anderen wegreißen von der Straße. Ja gut, das ist echt nicht okay. Das sind ärgert, das sind wirklich ärgert, verstehe, durch diese Perspektiven, die eben, weil, stelle ich, wir sind, haha, Studenten, Jungen, aber wenn du jetzt Mauler bist, selbstständig bist und zu einer Kundschaft musst und dann kommst du da jetzt nicht weiter, weil sich irgendein 18-Jähriger glaubt, der muss sich... Absolut verständlich. Auch wenn es fürs Klima ist, auch wenn der Grund absolut wichtig ist und es ist super wichtig, sich um den Klima, um die Klimaerwärmung vor allem politisch zu kümmern, weil der Einzelne wird es nicht richten, es müssen sich die Rahmenbedingungen und um diesen Diskurs zu erzeugen, ist das auf jeden Fall gut, aber ich verstehe es dann eben auch, wenn sich andere Gesellschaftsmitglieder extrem drüber aufregen und sagen, das ist auch nicht die Lösung. Ja, voll, absolut, auf der anderen Seite muss man halt sagen, du musst es halt auch wehtun, sonst merkt halt keiner oder so die Demonstration. Das wollte ich auch gerade sagen. Also die Perspektive der Klima-Kleber oder welcher Verein oder was für eine Bewegung da jetzt genau vom Namen dahinter steht, aber der Personen, die sich da... Die letzte Generation. Die letzte Generation, danke. Also ich kann auch die Perspektive nachvollziehen, weil wenn eben die Forderung an die Politik, die da schon lange so kommuniziert ist, nicht umgesetzt wird, muss man halt dann auch effektivere Mittel einsetzen, um das Ziel zu erreichen, das uns alle irgendwo betrifft. Zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz. Ganz genau. Und insofern verstehe ich auch diese Perspektive, was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht völlig verstehe, was du wiedergibst, dass der einzelne Maler, der da im Staudan steht, Hass wird, weil er Geld verliert in seinem alltäglichen Job oder sonst was. Also es ist beides und deswegen der Punkt auch, dass es eher, finde ich, in einen positiven Diskurs kommen sollte und man nicht eben die Leit dreschen soll. Genau. Eben, es sind beide Seiten verständlich. Gewalt anzuwenden ist nur einfach in den meisten Fällen einfach nicht gut. Im großen Stil, so wie es Länder gegen Länder momentan in Europa auch wieder machen oder im Nahen Osten oder sonst irgendwo oder eins zu eins jetzt ein Mensch, der sich fürs Klima auf die Straßen klebt, dreschen. Aber dieses Festlein machen wir heute dann nicht mehr auf. Nein, über Europapolitik. Vor allem nicht von Sleep-Mode abdriften quasi. Ja, mit den harten Themen rein. Nein, voll, das machen wir nicht, aber man kann sich nicht verschließen davor. Das ist halt auch so das Ding, dass man, eben ich probiere es in Rhyme-Time-TV, was über Musik geht, eher irgendwie. Jetzt gerade, wir reden so gut, da ist es so nett, da guckt man, was der Kaffee herstellt. Ja, bitte. Da kann man auch die harten Fassel aufmachen. Da kann man auch die harten Fassel aufmachen. Genau, aber grundsätzlich ist es, ähnelt er inhaltlich sehr dem Schweden-Track quasi und ist halt eine andere Form von Abkapselung oder sich rausnehmen aus dem Alltag quasi mit was auch immer, wie man das machen möchte. Lego. Mit Lego spielen oder Kassetten hören zum Beispiel. Ganz genau, zum Beispiel D-Kassetten hören. Ja, bis dann noch ganz… Das war eigentlich schon bei Sega-Session, glaube ich, gell? Ja, aber das ist ja davor. Ah ja, stimmt, jetzt waren wir schon ein bisschen lieb. Ah. Das schneiden wir bitte aus. Das schneiden wir, es wird alles geschnitten. Das war sehr peinlich, bitte schneiden. Politische Debatten und Schimpfwörter werden sowieso auch geschnitten. Wenig geschimpft wird am Album. Fast gar nicht, also gar nicht eigentlich mehr oder weniger. Also ich höre keinen Schimpf. Aus Papasicht ist ein paar Mal Scheiße drauf, also das kriege ich gespiegelt so. Da freut sich jemand, da freut sie sich, wenn sie das… Aha, Scheiße, du hast Scheiße gesagt. Du hast Scheiße gesagt und dann kann sie es dann auch gleich einmal irgendwie so. Also sonst wäre mir das selber gar nicht aufgefallen. Aber sonst wird nicht so viel geflucht. Mache ich auch im Alltag nicht so oft eigentlich. Wisst ihr was, ihr Fraggles? Fraggles. Ja, Fraggles kennst du nicht, oder? Das ist eine 80er-Serie, also Puppenserie eigentlich. Genau, ja. Diese mechanischen Puppen sogar, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung, die haben halt in so einem Bergwerk gewohnt, oder? Dann gab es den Fraggles Rock. Die machen wir nicht, die warten. Okay. Das ist aber wenigstens ein lustiges Fass. Ja, auf jeden Fall lustiges Fass. Aber da reden wir lieber über Anspielpunkte jetzt da und nicht über… Anspielstationen. Anspielstationen. Es gibt eine Nummer, die Nummer 8, Anspielstation 8, das Soulmädchen. Eine sehr persönliche Nummer, wo es um Personen geht im Diggeru seinem Leben. Mein schönstes Wortspiel auf dem Album, finde ich. Der Track-Name schon. Soulmädchen. Ja. Ich glaube, man muss sie nicht erklären, hoffe ich. Und sonst lasst ihn euch erklären von euren Freunden. Genau. Sonst fragt es einfach mal auf Instagram, slide jetzt in die DMs vom Diggeru. Schaut meine Saunashow an in Schweden. Genau. Und dann beantworte ich euch alle Fragen, die ihr wissen möchtet. So ist es. Die ihr beantwortet haben wollt. Also die Insta-Fragerunde in der Sauna in Schweden. Auf dich vor allem. Ja, die war gut. Auf jeden Fall ein Standalone-fähiger Track, den sie einfach hört sich dann an. Braucht man nicht viel erklären. Der ist selbsterklärend. Soulmädchen. Lieber Grüße auf jeden Fall an das Soulmädchen. Kaugummi-Chick. Kaugummi-Chick, genau. Die nächste Referenz für alte Leute. Oder halt mittel-almer Haaren. Du hast es ja auch noch gekannt, sogar auch noch die alte Version mit dem braunen Filter. Ja, sicher. Die sie jetzt ein bisschen entschärft haben. Dafür kann man reinpusten und es kommt Rauch raus. Den hast du, glaube ich, schon probiert. Vielleicht geht es noch ein zweites. Die, die haben das ja genau. Mit unserer Füße. Also man muss echt blausten. Ja. Goddamn. Aber noch einmal. Das war schon. Einmal geht es halt. Butter, Zucker. Wie ist es? Jetzt ist da alles voll oder wie? Nein, das ist... Equipment. Ah. Okay. Und Kaugummi-Chick war einfach so eine Erinnerung. Da geht es mir vor allem auch um die letzte Zeile, die ich da sage. Ich habe es jetzt schon probiert zu erklären. Früher Kindersäckchen, daraus wurden Ginflaschen, heute echte Zigaretten. Sie haben unser Hirn gewaschen. Und das war wichtig für den Song, dass man den noch ein bisschen hinterfragt, weil grundsätzlich ist der Track so entstanden, dass wir gesagt oder darüber geredet haben auf der Hütte. Was ist das eigentlich? Was war das eigentlich bitte? Kaugummi-Chick. Kaugummi-Chick. Das ist echt schräg. Das ist super schräg. Plus, da kannst du ja diese Robbie-Bubble oder wie das heißt, Kindersekt. Kindersekt, keine Werbung wollte ich jetzt eigentlich machen, aber... Das kann ich so Firmen-Kathe gerne raus. Da gibt es einen klassischen Piep. Ja, das können wir machen, aber eben Kindersekt als allgemeines Wort. Why? Kindersekt verstehe ich eher noch wie Kaugummi-Chick irgendwie. Ja, aber mich triggert es schon sehr, muss ich sagen. Eigentlich ist beides scheiße. Weil dieses Alkohol-verharmlosen-Ding ist ja sowieso super groß. Man, das ist halt in unserer Gesellschaft so. Das Alkohol auch. Ja, klar, voll. Aber warum muss man Kindersekt machen? Warum muss man... Ja, zur Vorbereitung. Diese verfickten kleinen... Jetzt habe ich doch geflucht. Warum muss man, aber das muss ich so sagen, warum muss man diese verfickten kleinen Alkoholflaschen neben der Kasse platzieren, wo ein Alki, der sonst vielleicht gut durch den Supermarkt kommen wäre, dass ich dran vorbeigehen kann. Das nennt man Product Placement. Das ist eine schöne Formulierung für eine ziemlich beschissene Sache. Ja, absolut. Das triggert mich persönlich halt, deshalb auch so radikal formuliert und ich finde es halt völlig hirnrisig. Jetzt kriegst du es in normalen Läden nicht mehr und das haben wir irgendwie online... Kaugummi-Chick. Das haben wir bei uns im Ort, beim Bäcker hat es die gegeben. Ja, damals schon, aber jetzt heute werden die eher weniger irgendwie in Geschäften verkauft. Gott sei Dank, also sind wir da jetzt weiter... Gesellschaftlich ein bisschen weiterfällt. Ja, genau. Das Rauchen ist ja mittlerweile ab 18 und immer ab 16, also da geht es schon jetzt ein bisschen. Und es waren ja nicht nur Kaugummi-Chick, es waren ja auch Schoko-Chick. Das war es ja nicht mehr. Also Schokoladen-Zigaretten. Also bei mir war beides sehr präsent. Wenn ich dann zurückdenke, was ich so als Kind in Süßigkeiten-Läden gekauft habe, da waren Schoko-Chick ganz ziemlich... Fällt mir wieder was ein, wir wollten eigentlich dann für die Promo, haben wir uns schon ausgedacht, wollten wir simulieren, als hätten wir selber Kaugummi-Joints entwickelt quasi und die auf den Markt bringen wollen. Mit CBD. Nicht richtig, genau, CBD, Kaugummi-Joints für Kinder, um das nochmal mehr anzutriggern quasi, da eine Diskussion zu lösen. Ja, genau, selbst Kiffen vorbereiten. Saufen, Kiffen, Rauchen, also wenn Chick und Ök gehen, dann kann man ja auch... Das hätte ich schon gern durchzogen, so und wirklich mit der Hoffnung, dass die Tageszeitungen das irgendwie aufgreifen und das ernst nehmen, als würde irgend so ein... Entschuldigung, das darf man nicht sagen, ein deppertes Start-up, das kannst du schneiden. Was hat er jetzt vorher gesagt? Dagegen war der Italiener-Pelsch noch gar nichts. Ja, danke, danke, dass mir ein bisschen das passt. Ja, gut. Na ja, genau. Jetzt musst du dir auch noch was leisten, dann haben wir alle... Auf jeden Fall, irgendein deppertes Start-up, da wollten wir quasi schauspielern und das halt eben diese Kaugummi-Joints rausbringt und das ist wirklich eine Diskussion anstachelt, öffentliche, um dann aufzulösen, dass wir das einfach nur halt eben Scheiße finden. Jetzt musst du den Namen auch noch droppen. Oh, Hubabubat. Also das wäre unsere Start-up-Name gewesen. Dadurch, dass das jetzt im Internet sein wird, haben die Idee sich ja jetzt schon vom Flight Cloud. Ja, macht's das, werdet's reich. Dann wissen wir nur, wir waren am richtigen Dampfer. Ja, voll. Vielleicht hat sich das patentieren lassen gleich. Bevor das Interview rauskommt. Bevor das Interview rauskommt. Ja, es ist mittlerweile patentiert. Was gibt's denn für Anspielstationen bei euch? Kaugummi-Jink haben wir absolut jetzt abgehakt, das sind diese ethisch fragwürdigen Dinger für Kinder. Ja, VHS haben wir noch. V-H-S. Video Home System. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, wir sind gut vorbereitet. Ihr habt's euch eingelesen in das Thema. Ja, hat uns noch nie jemand gefragt jetzt in der Phase und das haben wir einfach schon gewusst. Ja, genau. Das ist einfach so Basic Knowledge. Also das ist ja wirklich, wie sagt man, Allgemeinwissen. Ja, das ist schon Allgemeinwissen. Vor allem für Kassettenkinder. Ich meine, bei USW, oder? Weißt du auch, was das heißt? Und so weiter. Ja, genau. Schau. VHS, nichts anderes. Ja. Finde ich im gleichen Leben. Nein, ist wirklich gleich. Oder zum Beispiel MFG. Ja. Oder LG. LG ist so einfach. Manchmal Fick geben, oder? Ja, genau. Voll. Und LG ist... Liebe... Grüße? Liegrü. 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 Eine besonders hässliche Variante. Liegrü. Ist aber cool. Das triggert mich auch, wenn das jemand schreibt. Liegrü? Direkt Red Flag. Bitte danke. Ja. Könnt ihr bitte alle kommentieren. Liegrü. Alle. Hey, Liegrü. Liegrü. Alle kommentiert. Dann lockiere ich euch von Herzen. Den Rhyme habe ich noch gar nicht gehört. Na, komm. Lassen wir den weg. VHS, haben wir ein Video dazu gemacht, noch so ein bisschen in meiner Heimat. Berg im Himmel. In Anführungszeichen. Da bist du ja in der Cloud. Da bin ich in der echten Cloud. Im Chorus. Und schaust du aber? Und schaue aber mittlerweile von der Couch auf einem fetten Screen per VHS. Und so stelle ich mir das irgendwie vor, wenn ich mal nicht mehr bin, so dass ich da noch mal ein bisschen alles reflektieren und anschauen kann, was so passiert ist in meinem Live. Aus der Perspektive habe ich das geschrieben. Glaubst du einen Gott? Nein. Okay. Nein. Ich bin nicht religiös. Und ich hoffe, also das war auch so geschrieben, dass das so rüberkommt mit dem Universum und so. Und also von deshalb. Ich glaube schon, dass irgendwie was da ist, vielleicht, whatever. Vielleicht. Vielleicht. Aber so wie ich es halt im Chorus beschreibe, so stelle ich es mir vor, wenn ich immer nicht mehr da bin, dass ich nicht komplett weg bin. Zumindest die Mucke ist da, das warst du ja. Die Musik ist da. Ja, genau. Die ist da. Außer es gibt einen Meteoriteneinschlag und alle Tapes verbrennen. Weil dann bist du nicht mehr da und die Tapes auch nicht. Oder wenn die Dinosaurier wieder zurückkommen. Ja, weil die kommen ja erst wahrscheinlich nach dem Meteoriteneinschlag. Ach so, stimmt. Wie jetzt. Die können schon wieder kommen, aber dann gibt es wahrscheinlich eine kurze Koexistenz. Mammuts kommen jetzt ja wieder. Ja, die kommen klonen jetzt oder irgendwie sowas. Ja, nicht klonen, aber halt einfach aus dem Labor aus. Schwierige. Und das kann man glaube ich sogar, eine Elefantenkur kann sogar eventuell austragen. Also das haben sie wirklich irgendwie, das ist anscheinend eine Elefantenkur, weil die so nah verwandt sind. Jurassic Park ist also real. Das wäre schon cool. Also Dinosaurier würde ich super finden, wenn es die wieder gäbe. So das wäre schon geil. So in Wiener im Türkenschanzpark ein paar so Brachiosaurier. Jurassic Park war mein erster Kinofilm. Wirklich? Wann ist der rausgekommen? 92, 93. Dann habe ich ihn mit 10 gesehen. Hätte ich wahrscheinlich noch nicht sollen, aber habe mich jetzt auch nicht so geschädigt. War mein erster Nicht-Zeichentrick auch, witzigerweise. Ja, okay. Also ich habe Ariel vorher gesehen, die Meerjungfrau im Kino. Und dann das zweite war direkt Jurassic Park. Harter Umschwung, würde ich sagen. Hochverlegt worden. Ja, genau. Ja, das ist die klassische Hochverlegung. Ja, auf jeden Fall ein schöner Track, wenn ich das mal so sagen darf. Eben weil man das halt so sich vor Augen führen kann. Und man merkt einfach, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Okay, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr bin physisch? Ja. Okay, dann schaue ich halt von da runter und irgendwer pumpt meine Mucke und wird dann sagen, hey, der war mal da. Ja. Cool, ey. Der war mal top. Und ihr könnt mich ja oder meine Nachkommen quasi dann trotzdem noch reich machen, indem ich diesen Song dann zu Tode streamen. Streamen. Zu Tode. Der Rest ist Tode nämlich. Das ist die. Dann schon wirklich bei Bad Bars. Da waren wir nicht geplant. Jetzt sind wir bei Bad Bars. Da waren wir nicht geplant. Das war Zufall. Sorry. Und nach VHS nochmal ein Outro. Ja. Weil es gibt ja ein Intro. Es gibt ein Outro. 40 Bars nochmal. Ziemlich üppiges Outro. Ja, das ist ein sperriges Outro. Aber halt im positivsten Sinne. Also nicht so Outro, wie man so 10 Sekunden in der Sample, sondern so Bars. Ja. Oder irgendeinen Danke-Track, den man braucht. Oh, die ist Barring Up. Genau. Das war der Plan. So auch irgendwie so aufzuhören, wo man merkt, okay, das könnte dann auch weitergehen. Irgendwie noch. Nicht die Kassetten-Kinder-Story, aber irgendeine andere. Wie viel Camp hast du gehört in deinem Leben? Also einmal habe ich das VOZ-Album sicher gehört. Und das neue so halb. Zwei Tracks haben wir gehört, oder? Ja, ja, ja. So in die Richtung. Hat er deinen Style eigentlich gebytet, kann man das so sagen? Er hat viel Diggerue gehört früher, ja. Das Wort gebytet, lieber Camp. Wie sagen wir, sanfte Grüße an den Camp. Sanfte Grüße. Was ich damit sagen wollte, es gibt schon eine gewisse stilistische Ähnlichkeit an euren Rap-Stilen, um es so auszudrücken. Es hat mich sehr stark an Camp erinnert. Ich habe mit dem schon einmal darüber gesprochen, gar nicht so lange her, für den Insider. Und es gibt natürlich diese Geschwindigkeit, das ist das eine, vom Beat. Die sind natürlich auch in einer ähnlichen Welt, quasi Range unterwegs. Und die Mehrselbigkeit, also da haben wir darüber geredet quasi, dass es das dann halt ist, wo man natürlich immer auf ihn irgendwie so verweist. Aber es ist auch so, dass ich viel gehört habe und das halt sehr feiere nach wie vor. Ich glaube, dass man oft, also das ist ja voll okay, wenn man, ich glaube, das was halt immer gefährlich ist, ist, was man dann Byten eben nennt, wo man wirklich irgendwie dann einen Style komplett, es ist ja halt, man merkt, dass da Einfluss da ist, glaube ich. Ja. Und das ist voll okay. Ja, voll. Und ich will den ja auch gar nicht abstreiten, im Gegenteil. Solange es so eingeordnet werden kann, quasi, dass es eben kein Byten ist, dann bin ich fein damit. So, dass der Vergleich gezogen wird und das schmeichelt einem ja auch dann irgendwie. Und du hast ja eine Bar quasi umgeformt in dein Live. Eine Bar umgeformt in mein Live und die er dann selber auch noch einmal jetzt auf dem letzten Ding rettet hat. Selber auch noch einmal, ja. Quasi, was mich dann noch einmal zum Umschreiben bewegt hat irgendwie, weil man den Reim gefladert hat oder einen ähnlichen. Und ja, und eine direkte Zeile gibt es auch. Aber, stimmt, ja. Ja. Du erwähnst ihm auch. Stimmt, du willst ja kein Feature haben, Alter. Hey, Alter, lieber kein One, wenn du Feature willst, vom Tiger Rü. Nein, das war auch Spaß, so macht man das nicht heutzutage. Genau, weil das ist uncool jetzt. Hallo. Ich wollte es nur anreden, weil du sagst es ja, es ist ja jetzt nicht, es, ich meine, es ist ja, du hast es einfach geschrieben. Ich habe es halt geschrieben, es ist halt so ein Wunsch, den ich ins Universum geschickt habe. Ja, voll, das ist ja voll in Ordnung. Deswegen spreche ich den Wunsch ja nur noch einmal aus, damit, weil ich es mir auf jeden Fall vorstellen kann. Also das wäre natürlich ein cooler Combo. Könnte ich mir auch und schauen wir, was passiert. Ja, das Universum lebt noch lang, vielleicht, genau das einmal universumsmäßig zu haben. Ja, vielleicht meint es das Universum gut mit mir. Vielleicht, ja. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Oder hören. Oder hören, ja, am besten vorher hören. Am besten vorher hören. Es ist aus, das Tape, meine Damen und Herren, und alles dazwischen, davor, außerhalb und dahinter. Oder, ähm, Kassettenkinder, ist draußen, seit 15.3., Streambar auf alle Sachen. Genau. Aber am allerbesten ist, das kaufen, weil da kriegt man nämlich eine Boombox, zwei Kaugummi-Zigaretten für die Kinder, einen Bleistift und ein Tape, wo das Tape drauf ist. Also die Musik drauf ist. Genau. Und ein Sticker, der jetzt da in dem Fall da drinnen ist, ein Sticker, das kriegt man alles, wenn man das kauft. Genau. Weil ein Glück hat sogar noch eine Kette. Und wenn man Glück hat, eine Kette. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt allerdings sehr gering, weil es nicht mehr viele gibt und weil es nur 30 gab auf die 180 verteilt. Und wir können jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob es schon alle draußen sind. Es könnte noch verschlossen im Jahr daheim liegen, wo eine Kette drin ist. Wer weiß. Cooler Sticker. Cooler Sticker. Deswegen habe ich ein Herz sagen wollen an das liebe Internet. Danke. An das Internetpublikum. Danke fürs Zuschauen an jede Person, die das reinzieht. Vor allem über eine Stunde lang, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen soll man erst immer Blödsinn reden nach einer Stunde, weil dann haben wir alle schon weggeschaut. Genau, jetzt hätten wir halt vorher eigentlich viel früher anteasern sollen, dass es dann noch ein Live-Rap gibt. Das müssen wir jetzt halt in den Titel reinschreiben. So mit Live. Tiggery spricht über Jay-Z plus Live-Rap. Genau. Das ist crazy. Jetzt reden wir noch ein bisschen über Jay-Z, damit wir das legitimieren und dann ist das alles. Oder wir Kunden schreiben Tiggery über Camp. Wie in Amerika, die machen das ja alle. Oder auch in Deutschland. Wenn man jetzt schaut bei den Titeln von Interviews, ist ja immer, dass du mindestens einen Name-Drop hast, damit jeder draufgeglichen wird. Ist aber auch okay. Ist voll okay. Aber ich würde es trotzdem irgendwie nicht machen. Nein, und du hast ja mehr Inhalt als das. Also es ist ja auch dann eine sehr harte Reduktion, wenn man eine Stunde redet und davon… Aber es geht ja nur um einen Titel. Es geht ja wirklich nur um YouTube-Algorithm-Shit. Es geht nur um einen Titel und um das Thumbnail, gell? Irgendwer hat letztens gesagt, ein Zitat, früher habe ich mir gedacht, ich wollte Profimusiker mehr werden. Heute habe ich gelernt, dass man einfach einen Algorithmus austricksen muss. Was ja irgendwo auch Teil des Ganzen ist mittlerweile. Shout out ans Internet. In dem Fall. Lie Grü ans Internet. Lie Grü, sonst würde es auch keine… Sanfte Grüße raus ins Internet. Aber die sanftesten. Die es gibt. Sollen wir uns Balsam anhören live? Können wir gerne machen. Was sagt ihr dazu? Yes. Live Balsam? Auf jeden Fall. Wir gängen jetzt in die Headphones. In den Studio-Mode. Yes, ja. Herz ihr euch alle? Eins, zwei. Wir hören uns gut. Ich höre mich super. Sasa, gib ein Beat, Alter. Hast du eigentlich einen Producer-Tag? Nicht aktiv in Verwendung, aber ich habe da eins im Ärmel. Ja, das wird noch kommen. Das ist schon auch cool immer, wenn man das auch hört, weil dann hört man auch… Und ich finde es auch, eben nur mal so, um Producer hervorzuheben, weil da weiß man halt immer wirklich dann sofort, okay, das ist der Beat, ist von… Ja, voll. Das gibt es ja schon ewig. Also Producer-Tag ist ja nichts Neiges. Das gibt es ja schon ewig. Ja, voll. Aber es ist halt jetzt schon sehr groß geworden und es ist ein super Wiedererkennungswert grundsätzlich, wie du sagst. Ist groß geworden, aber es gibt es schon seit den 90er. Also es ist jetzt nicht so, dass das was Neues ist. Und ich finde es eben, um ProducerInnen einfach immer gleichzustellen wie RapperInnen, finde ich voll wichtig, weil… Es ist 50% von dem Track. Ohne den Beat würde es den Rap nicht geben. Ja, voll. Und deswegen… Liegrüß an alle Producers. Yes. Und vor allem an Sasamank, weil ihr gerade da sitzt. Beste Grüße zurück über den Tisch, Karl. Danke. Schau, wir… Wir connecten. Wir connecten. Also die, die jetzt wirklich noch dran sind und das noch anschauen, das sind die Diehards. Kauft alles, was wir je rausbringen werden. Das sind die Day Ones. Genau. Kauft es bitte. Streamt alles zu Tode. Ich glaube, wir reden jetzt nur noch von einer Person höchstens. Jay-Z oder was weiß ich nicht. Ja, oder irgendwie vielleicht jemand, der an dich verliebt ist und das einfach wegen dir anschaut. Ja. Liegrü. In dem Fall. Genau. Auch an den letzten Zuseher. Ja. Wirklich. Na, vor allem an die jetzt zuschauen. So eine Stunde irgendwas im Interview drin. Ganz besonders. Gib mir den Beat. Cousin. Cousin-Gebiet. Yo. Die Kassettenkinder. Check. Ah. Sasa Brudi, unser Jugendtraum wird wahr. Wir sind heute hier ins Bootcamp raufgefahren. Ein bisschen Technik und zwei gut gelaunte Bras am Zander Zeit. Doch auch Boombap Sound am Start liefern euch auf dopen Beats. Die super sauberen Partie hört das Ding, was wir gerade aus dem Hut gezaubert haben. Die beste Luft im kaltes, klares Wasser. Der letzte Schuss von zwei alten Motherfuckers. Ha. War haftig verliebt in einen Ort wie diesen. Sasa schickt am Beat und die Worte fließen. Ich geh ans Mic, endlich wieder Talking Season. Immer busy, hab mehr Screentime als der Hawking Steven. Rapper holen in Sportboutique, Nordic Walk in Stiefel. Ich chill nur am Corner mit paar Portugiesen. Also lassen wir die Korken fliegen. Aber erstmal hau mal einen raus, bevor sich unsere Pforten schließen. Der tausend Sasa mit nem Digga released. Gut gealtert wie ein schimmeliger Cheese. Wir schmieden Masterpläne an der Feuerschale. Hip-Hop ist ein Saftladen. Wir sind seine Leuchtreklame. Brudi, mit dir hab ich die Kiste nochmal neu gestartet. Riecht nach Gras, als hätten wir gerade im Heu gebadet. Sowas kriegst du nicht mehr heutzutage. Das hier ist Balsam für die deutsche Sprache. Für die nächsten Wochen drin in deinem Kassettendeck. Wir waren kochen und wir finden, es hat lecker geschmeckt. Eine Apollo Twin und ein Neumann Maik. Panoramablick, die beiden Boys sind hyped. Das Ding hier kann Qualitechnik Deutschland weil. Doch wir bekommen lediglich einen Freundschaftspreis. Vom Bordstein vorbei an den Charts. Und doch kriegst du ein paar der leihwannsten Bals. Tiggeru, Sazamank, Funkmaster, Call an den Decks. Yes. Yes, yo. In dem Fall am Laptop. Am Laptop. DJ Laptop. Am DJ Laptop-Deck. Am Kassettendeck. Am Kassettendeck. Das wäre schön gewesen. Seien die Instrumentals auf dem Tape? Das ist, na. Nein, nein, nein. Leider nicht. Haben wir uns aber schon mal gedacht, ob man da nicht irgendeine Form noch von einem Sazagipi, Alter. Soll es jemals so weit kommen, dass irgendwer Instrumental fordert? Also so viele Leute, dass es sich rentiert. Das ist eine offizielle Forderung. Also nicht ein Instrumental, sondern ein Vinyl oder so von dem Ding noch. Dann wäre es eine Überlegung, ob man das halt so als Doppelding machen könnte mit Instrumentals. In zehn Jahren, wenn es, wie sagt man? Wenn wir dann den Camp-Move byten und das noch einmal rausbringen. Nein, das ist ja ein Repress. Also ich meine, ein Repress ist ja ein gängiger Move. Ach so, okay, dann wäre es gar kein byten. Wir sind es nur nicht gewohnt, weil es keine so erfolgreichen Rapper wie ein Camp gibt, wo es es lohnen würde. Das nochmal zu machen, zehn Jahre. Was sie nur einmal 500 Mal verkauft. Das passiert bei einem von 92.000 Alben. Also von gutem Rap. Ja. Okay. Okay, das war noch einmal einer, den du dann raus, aber wie du willst. Ja, es gibt viel schlechten Rap, aber über das reden wir nicht. Wir reden? Nein, wir bleiben positiv. Wir bleiben positiv. Wir machen die Fassel nicht auf. Genau. Schicken Ligru. Aber auch liebe Ligru an alle schlechten Rapper. Es ist ja eh wurscht. Ja, vor allem an die schlechten, weil die können es brauchen, die lieben Grüße. Genau. Genau. Lassen wir es bleiben. Danke, Karl. Können wir heim. Am Ende der Anspielstationen. Es war, genau, zwölf Anspielstationen. Das ist nur einmal die Endbotschaft des Ganzen. Herzlich das Album Kassettenkinder an. Bitte. Von vorn bis hinten am besten. Es sind 38 Minuten. Ist eine gute Auszeit, die man sich nehmen kann. Handy weglegen, Kopfhörer rauf oder was auch immer. Am besten Tape. Am besten auf Tape. Am besten auf Tape. Wieder einmal ein Album durchhören. Schadet niemand. Genau. Danke fürs Kommen, lieber Digeru. Danke dir, Karl. Danke, Sasa Mank. Checkt, wie gesagt, nur einmal den Wenn-ich-mit-Rap-Podcast unbedingt aus. Das ist, der Sasa ist da meistens hinter der Kamera. Aber er macht dort das Ganze alles Technische. Und der Digeru ist Rapper. Checkt's aus. Hallo. Ihr findet alle Links da unten in der Caption. Link in Caption. Ja, bitte. Alle Links, die man braucht. Und in dem Fall, das ist Rhyme-Tam-TV. Ich bin der Funkmaster, Karl. Oder DJ Funkwiz. Oder andere AKS. Einen DJ-Name könnte ich auch noch droppen. Bitte. DJ Rhydu. Ja. Die Reaktion war super. Danke. Danke. Das war jetzt extrem unnötig. Ich glaube, das schneien wir. Das wird gecuttet. Warum? Das ist mir wichtig. Nein, das war Spaß. Warum Rhydu? Was ist Rhydu? DJ Rhydu. Um den Witz noch zu erklären. Bars. Internet, kommentiert's und wenn ihr ihn vorher verstanden habt, vor dem Karl. DJ Rhydu. DJ Rhydu. DJ Rhydu. Das ist cool, aber es ist schon ein bisschen verschachtelt. Ja, aber... Vor allem, du hast ja gesagt DJ Rhydu. Ja, genau. Und wenn du es schnell aussprichst... DJ Rhydu. DJ Rhydu. Wow. Auf Französisch ist es DJ Rhydu. So, jetzt machen wir noch 10 Minuten Improvisation und Sprachübungen. Vielleicht ist das das Nächste, also inspiriert vom Andrew 3000 mit seinem Flötenalbum. Wir machen ein DJ Rhydu-Album. Ja, du spielst das DJ Rhydu, ich nehme es auf. Im Ernst, das zieh mir durch. Ich lerne noch DJ Rhydu und du raps über DJ Rhydu. Ja. Und der hat übrigens alle Rapper damit outgesellt in die USA, also so Kanye West und so weiter hat der alle verschlüpft. Mit einer kleinen Flöte. Mit einer Flöten. Aber nein, die ist gar nicht so klein. Ja, aber im Verhältnis zu einer Kanye West Produktion ist es eine kleine Flöte. Das stimmt. Ein gutes Schlusswort, die kleine Flöte. Danke fürs Anschauen, Zuschauen. Rhyme Time TV ist da für immer im Internet. Peace. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bin ich ab Technologies und ob loh.